Ja. Wollen wir jetzt hier von diesen köftigen Gebräu naschen? Kot naschen oder was? Ja wir wollen... Geflache? Ja, gönn dir. Können wir diesen schrecklichen Ort bitte verlassen? Ja, dann aktiviert das Portal. Dolle. Bitch. Du kommst nicht. Vorbei. Nice. Nice. Es war schrecklich dort festzustecken. Den Göttern sei dank, dass ihr gekommen seid. Ich suche einen Mann, der vom dunklen Zirkel entführt wurde. Komm, wir kriegen Besuch. Oh, mitten in der Story, ne? Voll unfair. Ja. Was egal. Ich glaube, Kevin ist dafür verantwortlich. Hä? Hä? Ne, Torben. Torben ist reingerannt wie ein Irrer und hat die ganze Gegner hergelockt. Nein. Einer von euch ist mega vorgerannt. Alex stand ich glaube ich neben mir die ganze Zeit. Nein, du warst das. Nein, ich bin direkt zu der Tuse hingerannt. Da stand ich auch. Ja, 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 ja. Torben, jetzt bist du enttarnt. Wir haben kurze Weine, ich weiß nicht. Das höre ich bis hier, dass du das mit einem grinsenden Gesicht zeigst. Nein. So ein Lüger. So ein Luger, ey. Ja, 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 ja. Jo, da ist ein Regenbogen über dem Wasser oben. Sieht übel geil aus. Jo, wir sind hier noch am fighten, aber cool. Ich auch. Ich lockere gerade schon 80 Milliarden Gegner. Nice. Wo ist denn der Regenbogen? Hä, wo ist denn der Regenbogen? Junge, ich ziehe alle ins Erdbeben rein und alle sterben. Hallo, haha, jung. Wie soll der Regenbogen? Das war eh, oder? Ich muss dich übersteuern. Ja. Und das Erdbeben geplaced und dann alle herangezogen, ey. Die sind nur so rausgesprugelt, ne? 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 Die sind nur so rausgesprungen. Und das ist auch nicht so rausgesprungen. Und das ist auch nicht so rausgesprungen. Das ist so rausgesprungen. Wie ist denn das? sitzten alter ich gehe mal kurz ein backport und reparieren alter mitten im fight oder was ja macht das mit einem fight bitte danke verschwindet einfach ich bin in zwei sekunden wieder da bubble schild ruhe stein weg weiß ich bin nicht party leader ich kann alex nicht kriegen der baum ist lebendig geworden soll ich dich etwa trommel trommel des ziegenmenschen ich würde nicht drauf drum trommeln ich habe die schon kaputt gemacht sagt und da bin ich auch für hier seid ihr immer noch beim gleichen gegner du bist du bist immer noch so ein ziegenmensch bist du auch noch ein wie beim selben gegner alex ja beim selben gegner hauptsache sich verpissen und trotzdem noch mehr kann ja ich habe doch nichts verpasst hier ist eine reingehung von wollen wir hier rein oder nicht erwarte jetzt ziehe ich alle wieder rein okay okay alter alexis ein kack nur weil ja die haben im zingelt geben zurück ich will reparieren jetzt in der ersten gegner wenn ihm wenn ihr kauft mehr wenn ihm nicht wollen wir nicht hier Weiter gehen, rennt weiter, stirbt. Einfach die Quittung, ey. Ich hab nur gesagt, hier geht's weiter. Und da geht's ja auch weiter. Jetzt könnten wir eigentlich auch, würde ich auch mal zurückgehen, weil jetzt sind wir gerade nicht im Fight. Mach das einfach nebenbei, wir machen schon ein bisschen weiter. Jo, dann gehe ich auch mal eben weg. Tschüss. Tschüss, Alex. Tschüss. Jo, ne, geile Truhe. Kevin, wollen wir in der Bar gehen? Jo. Machen, ein bisschen Bier zu erfüllen und so rein. So. Das ist ja ein Elite-Gegner. Das ist ja mega nice. Das ist ja jetzt eine Lüge. Nö, hat recht. Alex allein gegen Elite-Gegner. Na, schaff ich. Level up. Rö-rö-werte ich meine Rüssi noch auf. Helft mir! Ich muss eben kurz ein bisschen... LoL. Fernkampf. Ein Fernkampf. An der Leiche wiederbeleben. Sowas von am Arsch. Blüte. Kevin kommt ja auch hier in den Moment. Hm. So, das war langer. Oh, noch eben reparieren. Oh, ich krieg auch überhaupt nichts dazu für meine Fähigkeiten oder so, ne? Mal da vor'n Lymphs-Ding. Das können wir mal einsammeln. Das darf nicht machen. Ich kann auch keine Attacken einsetzen. Jetzt wurde geheim. Jetzt ist der Meister wieder da. Keine Angst, Kinder. Ich muss 3-Volle mehr aushalten, als ich jetzt was hab'n. Na, kauf dir Vitalität. Vitalisieren. Alter, wie schnell der AP verliert jetzt. Da ist er instant gereckt, ey. Ey, weißt du noch? Damals, auf der Universität. Als du uns immer Blenis gemacht hast. Hm. Wir waren grauenhaft. Hm. Auf geht's, ab geht's. Drei Tage wach. Das sind komische Elche, ey. Junge. Auf die Wildnere konzentrieren. Ich burn die gleich ab, die Motherfucker. Los, zieht die alle an euch ran. Und pass auf, jetzt. Jetzt erst mal Erdbeben placen und alle an mich ranziehen. Wow. Arachnieder Horror, ey. Wir sind der Arachnieder Horror. Ganzesamt haben wir auch 8 Beine. Ne, 6. Der Mathematiker spricht von uns. Äh, eigentlich auch 8 Beine. Das ist nicht der Richtige. Achso, oh, okay. Geil. Wollen wir weg. Muss man so einen Zusammenschnitt machen. Ich mach das an. Einen Best-Of, mach einen Best-Of-Turm. Ja. Obwohl, es ist auch ein bisschen fail, weil ich glaube, 80% davon mache ich aus. Wollte ich gehen. Du hast mir gerade meinen eigenen Witz hergenommen. Ich wollte gerade sagen, wenn es einen Best-Of-Fails-Alketo-Gaming geben würde, würde es ja langweilig sein, weil nur deine Fails, weil nur du Fails machst. Ich lach so laut, wenn ich jetzt links noch eine Truhe finde, ne? Hier sind einfach mal übertrieben viele Gegner noch. Ja, wir sind einfach einen Weg gegangen. Es ist komplett random. Komm, Kevin. Hier geht's weiter. Ja, aber hier ist doch noch irgendwas. Alter, Kevin. Das geht nur darum, den richtigen Weg zu finden. Und um Truhen geht's nicht, oder was? Nein. Und seit wann geht's denn nicht mehr um Truhen? Ja, seitdem man die Story abschließen möchte. Was macht das für ein Ding? Ja, ohne Truhe. Blutbeschmierte Truhe. Oh, jetzt kommt vier Elite-Gegner. Warte, warte, mach die nicht an. Das ist jetzt noch Flüchte. Das ist raus, Alex. Das ist raus, das ist raus. Ja, wir gehen ja schon wieder. Findet den Stab der Kasra. Jetzt kommen wir noch extra wegen dir nach da hinten hin. Oder was? Ich bleib hier stehen. Da hinten war ne Truhe, die hab ich hier geöffnet. Ja. Klar, war keine Scheiße. Ja, drück mal kurz auf Tabulator, da ist da hinten bei dir ein Stern. Nee, ne? Auf der Karte. Ja. Gut. Kommen wir weiter. Erdbeben. Was wär's denn? Kann ich, nee, ich kann die nur nicht einsetzen, hab nicht genug Wut. Jetzt. Und, hier brennt alles. Hier brennt die Bude. Zehntausend Grad, ey. Alter, ich steh mitten, Alter, die blocken mich hier, die blocken mich hier, ich komm nicht mehr raus. Oh. Ich muss den ganzen Rage auf mich ziehen, damit ihr in Ruhe casten könnt. Casten. Ja, ich brauch Leben. Casten. Alex, das ist, glaub ich, nicht gerafft, oder? Ich mein, das ist nicht direkt. Ich hab jetzt übrigens Armschienen, Alex. Nice. Hast du auch noch elf die Gegner hier fertig, dann kannst du mir die geben. Jürgen. Oh, pass auf die Leicht, sauf! Ja, der macht dann ja One Hand, ne? Ja, richtig. Mich macht so ziemlich One Hand. Oh, oh. Oh, der hat die, er direkt über mich gecastet, ey. Alter, ich will das auch können, solche Dinger da aufstellen. Ich kann gleich wieder ein Erdbeben zünden. Lockt die alle hier her. Alter, insta-Death, ey. Noch nicht zu weit nach hinten laufen. Locken wir noch mehr Gegner an, ich weiß. Oh, Gott, der Laser. Laser Beam. Hit me with those Laser Beams. Du-du-du-du-du-du-du-du. Kennst du noch? GTA 5? Ja. Das ist schon ein Leader, die die da drin haben. Warte, Kevin, ich komm und hol dich. Oh, Gott. Boah, ist er knapp. Und auf geht's, ab geht's, drei Tage da. Nice. Ich hab hier, ich hab hier, ich hab hier nochmal Armschienen gefunden. Ja, Kevin, ich hab auch noch was für dich. Ich hab auch noch, hier. Hey, hier. Was ist das, ne Stachelschleuder? Hey, ich hab auch was für dich, Torben. Alter, lol, das ist wirklich ultrasüchtig für dich. Junge, Junge. Ruhe. Ruhe. Geld, tru-ru. Nur Geld. Money, money, money. Only. Money, 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 money. Laber nicht. Krieger des Dun-Dunkelmond-Clans. Schamane. Ruhe. Liegt da viel. Übertreib doch gleich, ey. Nice. Lol, ne übelsüchtige neue Hose bekommen. Übelsüchtige neue Armschienen bekommen. Übelsüchtigen Schulterschutz bekommen. Erfolg. Schöne Menschen, schöne Menschen entstellt nichts. Muss man für den Erfolg machen. Belegt folgende Ausrüstungsplätze mit Gegenständen, die alle unterschiedlich gefärbt sind. Kopf, Schultern, Brust, Beine, Füße, Hände. Nice, oder? magic성 verseno hey, da...